So, meine Damen und Herren, so wie sie aussieht, ist das Ding fertig. Oh, da hinten ist ein... War da gerade ein Blaze? Nee, ne Mythen da... Doch, ist ein Blaze. Was? Nein! Ich hab gerade ne Spawnfläche gebaut. Ihr wollt mir erzählen, ich hab gerade ne Spawnfläche gebaut. Nur damit in meiner Base jetzt ein Blaze spawnt. Ist das euer Ernst? Ist das euer verdammter Ernst? Bitte weg von den Piglins da, damit ich das jetzt in Ruhe schlachten kann. Und das wird jetzt ne Blaze-Rod droppen. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Das gibt's nicht. Die Spawnfläche ist literally jetzt abgeschlossen. So, haben wir das Blaze jetzt hier? Oh Mann, ich hab die Blaze. Das gibt es nicht. Ah! Ich wollte die Spawnfläche einweihen. Und in meiner Base ist das Vieh gespawnt. Oh Leute. Warum? Gut, dass ich jetzt gepickt und es nicht gehauen hab. Warum? Das gibt's noch nicht. Ich hab da hinten gebaut und genau in dem Portal ist ein Blaze gespawnt. So, und herzlichen Glückwunsch. Jetzt hab ich hier 20 Minuten verschwendet, so ein Ding zu bauen. Aber wenigstens sind da auch Blazes drin und Zeug. Und das ist gut contained und so. Die können hier nicht durch. Die können mich nicht anschießen und so. Und ich kann sogar durch den Zaun reinfliegen. Sehr gut. Hier werden jetzt Blazes. Und dann könnt ihr die auch holen und sowas um den Tränen. Aber ja. Was soll ich sagen, Leute? Das war's für heute.